Wenn du keine Zeit für das Gym hast, aber dich zu Hause fit halten möchtest, brauchst du die passenden Voraussetzungen dafür. Wir haben die Lösung für dich. Denn heute wollen wir drei verschiedene Modelle von Balanceboards aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Maschine bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes und günstigstes Modell haben wir das DH FitLife Balanceboard. Die extra große Stehfläche ist ein weiterer Pluspunkt. Die 3D-Anti-Rutschtextur sorgt dabei für maximale Sicherheit während des Trainings. Was die Qualität angeht, beeindruckt mich das DH FitLife Balanceboard wirklich. Die Ober- und Unterseite bestehen aus hochwertigem, elastischem TPE-Material, das nicht nur stabil ist, sondern auch angenehm unter den Füßen liegt. Die Konstruktion mit verschraubten Teilen ermöglicht eine maximale Belastung von 200 Kilogramm. Ein weiterer Pluspunkt. Die Reinigung ist ein Kinderspiel. Ein feuchtes Tuch reicht aus, um das Board in Topform zu halten. Praktisch, oder? Und hey, keine Sorgen bezüglich des Bodens, die Anti-Rutsch-Partikel an der Unterseite garantieren. Dass das Board fest an seinem Platz bleibt, egal auf welchem Untergrund du trainierst. Das DH FitLife Balanceboard ist wie dein persönliches Mini-Gym, das dich überall hin begleiten kann, sei es zu Hause oder unterwegs. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du das Board auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir das Elani Balanceboard. Dieses clevere Gerät fördert nicht nur deine Koordination, Konzentration und deinen Gleichgewichtssinn, sondern es stärkt auch effektiv deine Rumpf-, Arm- und Oberkörpermuskulatur. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur dein Homeworkout verbessert, sondern auch unterwegs einsetzbar ist. Mit einem praktischen Tragegriff kannst du es überall hin mitnehmen. Die gummierte Unterseite schützt deinen Boden vor Kratzern und gibt dir einen sicheren Halt, selbst auf glatten Böden. Und für diejenigen, die auch auf ihre Fußdurchblutung achten wollen, hat das Board eine effektive Oberflächenmusterung, die festen Halt und Sicherheit bietet. Und ich weiß, du fragst dich vielleicht, ob das Board wirklich langlebig ist. Die Antwort lautet ja. Hergestellt aus strapazierfähigen und langlebigen Materialien wird es ständig auf Qualität und Funktionalität überprüft. Die Reinigung? Ein Kinderspiel? Einfach mit einem feuchten Mikrofasertuch abwischen. Im Gegensatz zu Holzbalanceboards ist dieses wasserfest und bleibt unbeeindruckt von äußeren Einflüssen. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, das MFT Fit Disc Balance Board, vorstellen. Die Vorteile und Einsatzgebiete der MFT Fit Disc sind beeindruckend. Sie ist ideal, um Verletzungen vorzubeugen, Wirbelsäulen und Gelenkprobleme zu kurieren. Denk an Momente wie einen Bandscheibenvorfall. Die MFT Fit Disc kann eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Hüfte oder des Rückens spielen. Selbst im Alter ist sie ein großartiger Begleiter, um die Beweglichkeit zu verbessern. Es ist besonders beliebt bei gesundheitsbewussten Menschen, die ihr Training in ihre tägliche Routine integrieren möchten. Aber das ist noch nicht alles. Die MFT Fit Disc eignet sich auch perfekt fürs Büro. Aktive Pausen, um den Bewegungsapparat zwischendurch zu aktivieren, sind heutzutage wichtiger denn je. Schließlich sagt man ja, dass Sitzen das neue Rauchen ist. Also lass uns gemeinsam aktiv werden und Verletzungen sowie Krankheiten durch gezielte Übungen vorbeugen. Insgesamt bietet die MFT Fit Disc nicht nur ein effektives Training, sondern auch einen Weg zu einem gesünderen, aktiveren Lebensstil. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Balanceboard. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß.